So, da sind wir wieder. 20 Sekunden länger und ich hätte wieder schneiden müssen. Super, ne? Ja, ja. Ups. Ups, warum hab ich dann nochmal geschossen? Einmal hätte ich gereicht. Oh, da sieht was schön aus hier. Schön, gut sieht alles aus. So. Charger ready. Immer mal her damit. Die volle Dröhnung, das bedeutet, jetzt kommt was hart und so auf uns zu, sonst würde es nicht so viel Heilung geben. Das ist immer so bei Hafer. Oh, da sind ein Galagalas. Okay, die sind noch nicht so das große Problem. Ups. Ist ja gar kein Galagalas. Tod. Nö, schon. Hier, wenn man am Schnaufen ist. Ja, genau. Äh, okay. Ja. Oh, hier, Funkabbern? Nee, geht nicht. Hätte ja sein können. Äh, hä? Hä? So, kein Zugtron. Ach ja, da steht ja die hessige Rakete schon. No, da müssen wir ja jetzt auch nur durch. Hätte für Scheiße. Habe ich ja mal gar keine Lust drauf. Ups, da ist einer. Was, kommt gut? Da oben. Deine Arm. Oh, ich will ja mal ein paar Mal. Oh, ich will ja mal ein paar Mal. Um, das ist ja mal ein bisschen. Aber jetzt, ich will ja mal ein bisschen weg tässä. hier war ich doch ganz wichtig überall müssen die plattform eingezogen werden als er muss dann hier der Knopf und jetzt jetzt sind sie in der Falle witzig wo seid ihr denn? da oben das heißt wir haben das kapitel schon fast geschafft was das ist dass die stadt vorrichtung was entscheidend nicht so ich drücke jetzt einfach mal also die rakete wer startet die nämlich gekürzelt interessant hier brummt es kräftig das ist bestimmt so wie was passiert da dann muss ich wahrscheinlich irgendwie so bestellung der leiter dran ich muss ja irgendwie raus wie zu blind das war der falsche step wo bin ich jetzt wieder hier mit der akte der wochen lassen eine die sechs dumme ja ich weiß auch sie kann nur die warum passiert jetzt nichts ach so war die raketischen um ist okay also ich werde jetzt mal wieder hier daher und so richtig jetzt und so die rakete ist hoch wie komme ich denn jetzt noch mal glaube ich fast dass man dem folgen muss aber besser als gar nichts speichern und alles geht die löschen muss noch ein bisschen fahren bis oben glaube ich aber ich habe so wie man schon die rakete beschlüsselt bereit gemacht so dass sie dann auch abheben wenn ich für zu dürfen wenn ich glaube ich noch ein paar Minuten zu tun da da geht es auch wenn jetzt hier bestimmt soll da oder doch da steht aber hier ist kakt direkt nach oben der office ich will ganz oben mal so ist kann so schwer sein ich finde ich auch dass die Sophie nicht gestohlen hier wohl wo hupfaket war es auch schon sehr schön dann aber schön leider ist der zweite schuss aber trotzdem schön egal was ihr sagt so was das hier Kleiner, der hat das naja, fast, der hat das Midi-Kit bewacht. Sag mal! Der hat sich gleich der nächste Anger dran gesetzt. Gibt's ja gar nicht. Okay. Ich muss ein bisschen näher ran, damit ich ein bisschen genauer zielen kann. Speichern. Und Fail. Das war nicht gut. Schon wieder beim zweiten Schuss erst. Das wird noch mal gut. Ich kann natürlich schön durchglitschen. Sehr schön. Hui. So. Ja, ich bin schon fast ruhig. Wir sind auch zu viele Automaten. So. Wow. Kommt ihr denn auch mal her, wer ihr Penis ist? Okay. Nehmen wir wieder die. Äh. Das müssen wir mal mit irgendwas aufmachen. Und ich wusste das alles mal. Ich wusste es mal wirklich auswendig. Hier geht's auch noch durch. Ja, genau. Ich weiß es auch wieder. Ich guck, wir sind ja schon draußen. Gibt's ja gar nicht. So. Wer ist dieser Mann? Freeman? Geh das. Ich sage, das sagt ihr, was ich bezahlen werde. So. Das Schöne ist, jetzt kommen die ja alle richtig schön hin. Die kommen einfach nur wahren. Bis sie es macht. Ich glaube, die kommen jetzt nicht von allen Seiten. Das ist mir fies. Das ist mir gerade schon das erste Hochklicke. Ups. Hier eine Tür. Das war die zweite. Wie bist du da durchgekommen? Die Tür macht die Geräusche. Die Tür macht die Geräusche. Das sieht alles so viel besser aus, als das Original-Spiel. Jetzt noch nicht Obo. Das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Wo kommt denn denn her? Weitere ich auch durch? Ne. Okay, dann werden wir uns wohl jetzt auf die harte Tue reinbewegen müssen. Oder habe ich noch ein bisschen... Ja, doch, ein paar Schlüsse habe ich noch. Machen wir das doch mal. Oh, ich glaube, ich gehe noch rein. Oh, ich glaube, ich gehe noch rein. Tür zu, auch Tür zu. Oh, da wird vieler Sicherheitsstufe. Stufe brauchen wir schon, das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, man hat selber sogar nur Stufe 3. Und wir sind drin im Kaninchenbau. Also, wir schmulen uns hinter den Rechtern. Das sieht ja hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Da sind unsere Satelliten. Toll an die Mitte übrigens. Naja, reicht ja. Da muss man jetzt ja nicht reinscheißen. Und nochmal Automaten zum Nachladen. Mal in die Güte. So. Kriege ich davon auch was zu sehen? Oder was? Nö, anscheinend nicht. Ich werde das aber sehen. Ah doch, krieg wohl. Das ist aber nett. Oh, das geht auch schnell. Oh, das geht. Wunderschön. Tschüss, Rakete. Tschüss, Rakete. Was für ein toller Abschluss für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part.